Hören Sie jetzt, wie Herr McKees über die Annehmlichkeiten des Lebens denkt. Kein Vögelchen von hier bis Babylon, vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sehe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sagte ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit, außer Ruhm noch bittere Mühe. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühl, jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.